Dieser Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen, fünftürigen, SUV Platz. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung und noch vieles mehr. Der Allraddiesel überträgt eine satte Leistung von 200 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.